UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG STAGE zwischen Christoph Kass Mit un poco Obra Berlika que va start entregar para De Paul abierto la pie de Messi y la mete De Paul tira para Di Maria la espalda de Lucia Ma Di Maria ha visitado Angelito para el primer Angelito GOOOOON GOOOOLL! They'll won't be just happy just to shut up shop Hier ist Pellegrini, für den Curler. Oh, Magnificent! Was ein wunderbarer Goal von Lorenzo Pellegrini. Saponara mit der Chip. Oh, nein, he didn't. Was ein Goal! Und das ist der Weg zu Ende. Und das ist der Weg zu Ende, Riccardo Saponara. Exquisite, glorious. Now they've played their way into trouble. Pellegrino's going to try and love the goalkeeper. Brilliant, impudent, fantastic. And a deskeits, who play it back. Floated in by Di Lorenzo. Floated beyond everybody. And it nestles inside that far post. And now Mitrovic looking to chip the goalkeeper. Oh, it's a piece of brilliance. That was majestic from Alexander Mitrovic. Good ballon entre lineas. Desde ahí Charlie Rodríguez! No me mojo de pie! De rodillas! Corazón! 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 Die Argentinien-Pelotas sind die Argentinien-Pelotas. Levanta Güiro, corre Messi, 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 GOOOOOOOR! 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 Argentinien- Er hat Júnis, der Ball, der Rostec, der Rostec, und er hat Tracey's luck, und er hat Fies the target. Und Frankfurt Level, der erste goal für die Klub, für Aydin Rostec. Fernandes, he's through Kabane, was ein Attent, was ein Goal! Das ist warum er ein Crowd-Pleaser, und das ist warum es so special, die Crowds sind hier, um zu sehen, ein Moment, wie das! zwei Männer zurück zu defendern, drei Männer in blue, auf der attack, in der Mitte, Hakimi, auf der righte, nein, das ist der lefte-footed masterpiece, von Angel Di Maria, als PSG takes flight auf der counter-attack, und das einen in der Win-Colon. mit dem Zivkovic, die Zivkovic sieht, die Zivkovic, die Zivkovic hat, die Zivkovic erhält, 2-1, die Zivkovic, die Zivkovic hat, von Nader, die Zivkovic hat, die Zivkovic hat, die Zivkovic auf den Anadol, die Zivkovic hat, der Zivkovic hat, das ist das Problem für den Icelandern, als sie jetzt finden, die Zivkovic haben. Jetzt finden sie unter Druck, und wieder, Edouard, die Zivkovic hat, ein solches Ziel für die Zivkovic, für die Zivkovic, und sie sind nach den Quartierfinals, in reale style. Paul also keeping eine hohe linee, nicht die angle, wie viele waren es erwartet, und Danny Ings hat es in, ganz magnifich, brillant worked, aus der Training Ground, und die Liverpool-Train innerhalb von zwei Minuten. die Zivkovic hat. Gell find, schoopt in Endombele, springt und improvise, und das brillant ist. Endombele, mit dem Supergoal für Tottenham-Hobsburg. Massive relief für Jose Bruno der Seite, er wirklich, hat das wirklich in dem Video und improvise mit dem Wettbewerf und das so well ist. Kaffee-Gee with a fantastic effort, looping Kaffee-Geele and giving Kaffee-Geele the lead. Torrens will he go for goal, he can chip the keeper, Federici is backpedalling, what a goal for Brian Torrens! His first down under and he's shown all of the composure he'd won from a captain. What a goalie finish! Pierotti le arrancaba, va el Polga, pasa a Polga, dale voz Polguita. Polgaaaaaaaaaaa! Goooooooool! Patrick McElhaney! And still! And still! That is magnificent from McElhaney! It's here for Erving Horland, Horland tries to finish, it could be special, it's magical! This man is there anything he cannot do in front of goal with a football! tracking- More than- New- 1, 2, 3, 1- Ball's inими. And trade, put the short! Der Break wird auf für Patrick Schick. Und look what he's trying to do. Schick! Oh! Can you believe what we've just seen? Out of this world! From Patrick Schick! Out of this world!